ARD Text im Auftrag von Funk So, wenn ich jetzt privat spielen würde, würde ich schon längst 300 Pikmin jeder Sorte haben Einfach nur, damit ich ein bisschen was mit zusammenfahre und mir es leichter habe Und dass ich einfach sage, ach, ich habe 20 verloren, ach, was sind denn 20, ich habe noch 300 daheim So, aber naja, in dem Let's Play geht das leider nicht so einfach So, hier geht's, was, nein, nicht die schon wieder Oh, sind die schon wieder scheiße, die Gegner So Hier haben wir Gift und Elektro Kommen wir hier auch her So Haben schon wieder welche verloren, scheiße Die hier einfach töten, Leute, die einfach töten Oh nein, die, die ist, es kotzt mich so an, dass die die immer runterschmeißen Komm her Komm her So Nein, ihr müsst natürlich durchs Gift laufen, ne Ihr seid solche Schlaumeier Komm her, du Dicki So Danke Hei, 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 hei Es fängt schon mal wirklich gut an Ja, die, die Höhle sackt mich gerade sogar ein bisschen mehr an als die davor Und ich kriege immer nur so Garmischätze mit 85 Götze der Reparatur Ich will mal was richtiges haben So, es sind immer noch welche Hei, weg hier Oh Ein Elektrokäfer Schweiß Ey, ohne Witz, das kotzt mich jetzt an Oh 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 Geil Den kann ich noch runterbringen Coole Sache Man wüsste was, Leute Ich, ähm, gehe raus aus der Höhle Mit vier Pikmin hat das keinen Sinn Naja, das hat absolut keinen Sinn so Besonders nicht mit diesen Scheißbomben Vakuumprozessor, hey Hier gibt's noch irgendwo einen Ich weiß nicht wo Da Zack Kloppt ihr mal bitte tot Zu mir Und gleich wieder Dagegen Töte den am besten bitte Zurück, 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 zurück Und werfen Zack Eigentlich wollte ich nur auf den einen So kriegt ihr halt keinen von den beiden tot So Schmeißen So, kommt mal her Ja, ich muss den auch noch tot kriegen Zack Zack Und tritt ihm in die Eier Genau so Ich bin grad richtig Genervt von diesem Spiel Aber wer kann's mir Meine Güte Ohne Witz Ich hab sogar einen dummen Pigment der Alter, ey Plopp Tötet diesen Scheiß Drecks Ding Ich helfe sogar mit Ja, ich kann sogar das hier noch mit rausbringen Kotz Nicht das an Mann Nein Das war so Das war so gut Wenn nicht diese Scheiß Bombe gekommen wär Und einfach mal 40 mal eine Pigment Verrecken lasst Ich geh da irgendwann mal mit 20 Mit 50 Sumos rein Mach mir dann 5er Gruppen Und dann Töte ich alles Oh Mann Leute Raumwellenempfänger Oh Mann Ich bin deprimiert So Vorbei Ich geh hoch Mir bringt nichts mit 3 Pigment hier weiter zu machen So Darf ich halt nochmal alles machen Also es ist wurscht Ich kann dann den ersten Die Ebenen einfach auslassen Und Direkt zum Ausgang Laufen Geil, hey Geil, 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 geil Habe ich jetzt überhaupt noch gelbe? Ne, habe ich nicht Ich habe nämlich alle gelben mitgenommen Und habe nur noch weiße Da Bin ich ja gespannt, was passiert Ah, es werden neue produziert Desaster verhindert Alle ihre Pigment wurden gestern ausgelöscht Aber die Zwiebel hat soeben einen Samen freigesetzt Während Pigment Maschinen Könnte man sie einfach reparieren Aber Diese einzelnen Pigment ist eine wertvolle Seltenheit Ich hatte ihn dringend sich sehr gut um darum zu kümmern Na super Ja, 60% der Schulden sind beglichen Super Toll Ole, ole Super Olimar Oh, gucken wir mal ganz kurz Haben wir hier irgendwas? Nein Die werden erst später reiben, ne? Kommt mal her So Trink Danke So So, 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 so So, sie Sau Mann Ich weiß jetzt gar nicht, was ich hier machen soll Ich kann meine Pigment nicht mal richtig züchten hier Wisst ihr was? Ich schicke die jetzt alle mal rein und werde jetzt mal Zu Fuß irgendwie das hier noch erkunden und schauen Wo der letzte Schatz sein soll So, rein mit dir Rein mit dir Ich werde dann offscreen Werde ich, ähm Meine Pigment nachzüchten Weil so hat das alles keinen Sinn Wird das von jedem 100 mir machen Außer vielleicht von den Besonderen, also von den Weißen und von den Sumos Ähm Aus dem einfachen Grund Ich brauche die Viecher Wenn ich, weil Schaut euch an Ich habe jetzt einen, einen gelben Wow Ich kann damit eigentlich nichts mehr anfangen Und Ist auch nicht wirklich toll Ist hier irgendwo was? Nein, ich will nicht ins Wasser Markus mutiert zu Monster Es will gerade absolut nichts gut laufen Was ich hier in Pigment anpacke Nein, wir haben eigentlich schon 60% des Spiels durch, aber Es ist trotzdem nicht so Ideal, ne Was ich da hier gerade abgeliefert habe So, ist hier irgendwo noch ein Schatz? Irgendwo muss doch noch ein Schatz sein Hier auf jeden Fall nicht Das Radar, ich halte gerade die Augen Ich kann nicht mehr reden Ich halte gerade die ganze Zeit die Augen auf Irgendwie das Radar Band, aber irgendwie ist hier auch nichts mehr Es bleibt immer gleich So, ist hier noch irgendwo was? Da ist irgendwo was Da oben Wie komme ich da hoch? Ja gut, ich habe es jetzt gefunden Aber ich weiß nicht, wie ich da hochkomme Ich glaube, da komme ich nur mit gelben Pigments hin Weil die, glaube ich, leicht sind Und die jemand hochwerfen kann Aber Ob das so ist? Keine Ahnung Ich, ähm Werde jetzt auf jeden Fall Ja Mal einen gelben holen Guck mal raus Du kannst schon mal Anfangen, die Zwiebeln hier zu ernten Plopp und plopp Ja, hast du zwei blaue gekriegt Na egal Besser als nichts Besser als nichts Ja, die gelben werden jetzt nachgezüchtet Die blauen ebenfalls Die roten werden vielleicht noch ein bisschen Überzüchtet Und Sumos und Weiße werden Ebenfalls schön geholt So Ich reiße dich raus Hi Und Halleluja Plopp So Ja, aber an sich gibt es jetzt nicht mehr großartig viel zu sehen Ähm Deswegen Wird es heute nur eine 13 Minuten Folge Oder 14 Je nachdem Wie lange es noch dauert Ähm Ne, ich habe auch gar keinen Bock Das weiter aufzunehmen Das ist echt hier Doof Schaut euch das an Ich habe kaum mehr Pikmin Zwei Weiße Drei Lilane Zwei Eigentlich müsste ich drei haben So, jetzt Drei Gelbe 93 Rote 54 Blaue Das ist ja Gut, die roten sind auch in Ordnung Aber die gelben Die weißen Die Sumos Das sind scheiße Und die blauen können auch verbessert werden Also Nicht Nicht gut Nicht gut Ganz und gar nicht gut Tag beenden Jo Hoch mit dir Und Ich weiß nicht wie viele Tage ich jetzt farmen werde Das kann jetzt natürlich sein Das ist ja jetzt hier der Weiß nicht wie viel der Tag 14. 15. Irgendwie sowas Schaut euch das an Alter Fast 100 Pikmin wieder verloren Tag 16 Wisst ihr Und jetzt Wenn ich dann wiederkomme Bin ich wahrscheinlich bei Tag 25 Die Wäsche sind eigentlich ganz nett Wenn wir die Schulden los sind Baue ich für sie vielleicht einen Unterstand Was denken sie? Ich denke ich sollte speichern Das Spiel wurde gespeichert Das ist nämlich gut Okay Leute Das war's Mit Pikmin 2 Von mir Dragonios Ich hoffe ihr hattet euren Spaß Ich hatte ihn diesmal Definitiv Nicht Und warum Kann man sich denken Ähm Ja Aber Das erstmal beiseite Das Spiel ist trotzdem toll Nur weil ich jetzt gerade hier Ein bisschen rage Heißt das noch nicht Dass das Spiel scheiße ist Nein es ist Ich find's schön Das ist ein nettes Spiel Gut Also dann Bis dann Leute Ciao Bis dann